Wenn wir an Fehler denken, wenn wir installieren oder das Programm öffnen, dann denken in der Regel die Kunden als erstes daran, dass irgendetwas mit CorelDRAW nicht stimmen würde. Und das ist in gewisser Weise nachvollziehbar, ist aber in der Regel gar nicht der Fall. Zum Beispiel seit dem Frühjahr haben wir viele Kundenanfragen, wo User CorelDRAW oder CorelDesigner nicht installieren können. Und es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass SolidWorks hatte eine Version 2021 im Frühjahr herausgegeben, die Visual Basic 7.11 verwendet. Nur als Information. Microsoft als auch Corel verwenden Visual Basic Application 7.1. Und die SolidWorks Version lässt sich aber nicht andocken von anderen Programmen. Und deswegen kriegt man dann eine Meldung während der Installation, dass schon eine neuere Version vorhanden wäre und die Installation bricht dann ab. SolidWorks ist sich dessen bewusst und hat einen KB-Artikel veröffentlicht, der sagt, deinstalliere VBA. In unserem Falle frage ich Kunden öfters, wenn sie keine Makros brauchen, dann können sie auch CorelDRAW benutzerdefiniert installieren und dann beim Durchklicken der einzelnen Seiten VBA ausschalten. Es gibt aber auch andere Hersteller zum Beispiel von Plugins oder Makros, die installieren sich ja bekanntermaßen in CorelDRAW hinein und haben einen sehr großen Einfluss darauf, wie CorelDRAW überhaupt funktioniert, sowohl beim Starten als auch dann beim Arbeiten mit dem Programm. In dem Falle, wenn sie Makros verwenden, Plugins, generell denken sie als erstes daran, diese mal auszuschalten. In der Regel werden sie dann feststellen, dass CorelDRAW sehr gut funktioniert und dann wissen sie, wo das Problem eigentlich steckt, nämlich der Einfluss von außen. Und dazu müssten sie dann natürlich auch dann feststellen mit dem Hersteller des Makros oder Plugins, ob sein Makro-Plugin überhaupt für ihre CorelDRAW-Version hergestellt wurde, notfalls. Solche Probleme sind bekannt, zum Beispiel im Jahre 2009 muss es gewesen sein, da hatte AutoCAD eine Programmversion, da hatten sie in ihrer Testversion NetFramework als Beta-Version beigegeben, was als solches natürlich nicht gerade intelligent ist und mit einmal konnte Designer X4 nicht gestartet werden.